willkommen meine damen und herren seht ihr das das sind krasse sachen wir spielen endlich tft die league of legends autoschess variante es ist noch work in progress es ist noch in der beta phase es ist noch sehr sehr viel zu tun daran bitte bemerkt das beziehungsweise bitte speichert das euch im kopf ich habe überlegt ob ich quasi ein guide dazu mache oder quasi die variante wähle in dem ich sage hey wir spielen es einfach so wir spielen es einfach meine damen und herren so das heißt der erste move den ihr bereits jetzt sehen könnt ist ein großer unterschied zu dem normalen game am anfang wählt man sich quasi in diesem kleinen karussell seinen champion aus okay that's the first move you do ich weiß gar nicht ob das game gerade ein bisschen laut ist wir machen mal hier den sound mal ein bisschen runter danach geht es wie in einem normalen auto battle weiter ihr nehmt eure unit und stellt sie auf okay wir machen das jetzt ganz ganz von unten okay wir spielen ja offensichtlich auch gegen tolle leute gegen trump lothar skara ich glaube hier krib ist auch noch dabei und das erste was ihr macht ihr stellt die auf und dann schlitzt hier quasi die kleinen minions und danach später andere leute da okay das ist das grundprinzip dieses games oder eine der grundprinzipien ich habe jetzt gewonnen weil ich ein krasser typ bin normalerweise droppen die auch items nicht immer na ich bin natürlich so einer der super viel pech hat wir kommen jetzt in die nächste runde wir kriegen zwei gold und dürfen jetzt zwei champions aufstellen so das heißt ich kriege ja ich kriege einen entsprechenden roll und darf jetzt mir units raussuchen die passen das ist natürlich eine schwierige stadt unit muss ich sagen die ist wirklich nicht überragend aber wir kaufen uns zwei units beziehungsweise wir verkaufen die sogar wieder wir kaufen die beiden denn das andere ziel des spiels liegt darin nicht paare zu bekommen sondern sogenannte triples okay drei champions von einer art verschmelzen miteinander zu einer deutlich besseren unit also zu der level 2 variante diese einheit und oder sieht auch schon deutlich besser aus als wir in la gespielt haben by the way also da seht ihr schon erstes item needless the large sword man kann auf die units noch klicken die stats glaube ich kommen noch na wie gesagt hier kann man noch die fähigkeit sehen wie viel damage der ganze spaß macht und so weiter und wir kommen in die nächste runde theoretisch kriegen pro runde fünf gold na das ist so der der standard normalerweise und man versucht auch entsprechende boni zu bekommen das heißt wir nehmen den ich überlege ob wir halt jetzt das tarners halt später ziemlich nice das ist so das ding aber normalerweise versucht man auf synergien zu gehen hier ist so ein bisschen die problematik dass ich halt sehr viel ähnliche einheiten habe das bedeutet hier ist ein pärchen bei autoschess ist das pärchen sammeln die größte katastrophe die man quasi haben kann okay pärchen sind super bad und ihr könnt hier sehen was für synergien ihr bekommt das bedeutet es geht nicht nur darum einheiten aufzustellen sondern es geht darum dass die units miteinander synergieren dazu hat man quasi eine origin und einen trade na das bedeutet jede unit hat eine quasi herkunft und eine klasse könnte man sagen so so wir haben eine night das schon mal nicht schlecht das bedeutet wir können mal die hier rausnehmen für den night bonus seht ihr das jetzt haben wir jetzt sind ja quasi unsere nights sind jetzt stärker halten also mehr mehr insgesamt aus und oft ist es sinnvoll quasi viele einheiten erstmal zu kaufen weil es gibt ja in dem game auch ein zinssystem was natürlich auch einen sehr sehr nützlicher faktor ist das bedeutet wenn ihr zehn gold habt dann kriegt ihr nach einer runde bonus gold ich habe jetzt natürlich keine keine sachen bekommen wir versuchen am motor kaiser hier noch ein item zu geben in der hoffnung dass das funktioniert ihr seht schon die units generieren mana das ist halt durch angriffe und sie generieren generieren mana wenn sie angegriffen werden also es ist quasi immer sehr sehr gut wenn sie das tun die erste runde verlieren wir hier er hat hier deutlich mehr items als ich die werden quasi auch random verteilt und dann kriegen wir entsprechend schaden abhängig davon wie viele units übrig sind wenn viele übrig sind kriege ich heart of small ich weiß jetzt noch nicht ob wir ob ich das gameplay quasi nutzen kann na aber ich werde quasi zu ende kommentieren so das ist so ein bisschen mein plan so wir sind wieder ein bisschen unlucky das bedeutet wir ja wir wissen wir wir haben haben noch keine wir bekommen noch keine unit weiterentwickeln okay das ist halt so ein so ein kleines problemchen wir bleiben erstmal trotzdem bei dem weil das halt item mäßig bisher das stärkste ist was ich habe und werden wahrscheinlich die nächste runde noch verlieren bezogen aus verlieren und gewinnen gibt es hier gibt es quasi zwei mechanics wenn ihr hofft hintereinander gewinnt dann bekommt ihr einen win streak na der hätte zum beispiel schon eine level 2 garen na der ist schon der ist schon sehr sehr stark also hier werden wir wahrscheinlich auch verlieren aber level 2 ist halt mehr hp mehr ad kriegt meistens auch schneller mana die spells sind besser na es ist quasi legit alles besser aber die animation sehen schon 100 mal schöner aus als ich das noch in l.a. hatte der andere punkt ist also wenn man gewinnt ist gut wenn man verliert ist gar nicht so schlimm weil wenn du hintereinander verlierst kriegst du einen lose streak na das bedeutet man generiert halt ordentlich gold ich mach mal hier discord im hintergrund aus beziehungsweise kann ich eh rausschneiden merke ich gerade ist wurst so und wir hoffen natürlich dass wir dass wir jetzt mal units bekommen die passen das ist nämlich die nächste mechanic alle paar runden darf man sich quasi units mobsen in in einem in einem pool so das heißt wir nehmen natürlich den pike zack da ist er nämlich bei den wollen wir ja haben na nicht nur dass er hier ein weiteres item hat sondern pike ist halt der der uns in unserer composition fehlt wir haben leider noch keine die richtige direction welche klasse wir gehen na es gibt teil oder welchen welchen welche origin wir quasi miteinander kombinieren wollen weil es gibt halt sehr sehr viel aber das ist halt eine unike catch up mechanic das bedeutet ich durfte relativ früh raus dann habe ich schon übel zu ihr leben verloren und nicht übel zu viel ich habe ein bisschen was verloren aber die hp senkung geht sehr sehr schnell also du so runde sieben acht oder so kriegst du schon sehr hart aufs maul aber diesen haben wir jetzt bekommen das heißt wir können den nehmen und entsprechend ane wir müssen quasi so tauschen weil es manchmal ein bisschen verbuggt ist das ist natürlich sehr ärgerlich so es ist ja es ist ultra verbuggt wir machen wir verkaufen den mal hier so jetzt jetzt funktioniert sehr gut grund dafür lag dass dass ich doch quasi gar keinen platz hatte so wir nehmen noch einen blitzcrank und ein k6 und den nehmen wir auch noch sehr schön vier units haben wir dabei also hier ein rapid fire das ist natürlich ein item was man jetzt nicht unbedingt haben will der auto tech ist ja auch range finde ich sehr sehr gut na die wehnen aber da haben wir jetzt gut rausguckt blitzcrank ist quasi ein brawler na der kriegt bonus hp wenn andere brawler da ist das ist hier in dem fall warwick na und ich hoffe natürlich dass jetzt hier mein pike die leute gnanos aufschlitzt zack schöner dash tada wir haben gewonnen na we did it na wir wollen natürlich auf assassins gehen anscheinend also man hat hier sehr viele möglichkeiten ich gehe auf das was ich was ich so sehe der k6 gefällt mir sehr na auch assassins brauchen halt quasi eine frontline und wir haben ganz gut gold generiert das schon mal definitiv nicht schlecht so um unsere units passen noch sehr gut zueinander das ist also absolut fein aber der rest der ist noch nicht so der ist noch nicht so richtig da ich würde also normalerweise würde ich am liebsten rollen wollen wir machen jetzt aber folgendes wir verkaufen die wir hätten die auch holen können merke ich gerade naja ist gar nicht so einfach ich glaube ich möchte schon diese assassin variante ja genauer anschauen so der ist hochgesprungen der jetzt schon fünf units erst quasi er hat gelevelt kann sein wenn er viel gewonnen hat ja okay ein bisschen verloren nöp ist glaube ich einer ein riotler also hier sehen wir schon warweg kriegt hier mana na dann ultet er also die spells sind unterschiedlich manchmal sind es ults manchmal sind es nur in anführungszeichen normale fähigkeiten das ist quasi riot hat immer nur ein spell ausgewählt bei autosches bei dota autosches ist es quasi sehr sehr ähnlich aber ihr merkt schon die level 2 unit der pike der carries sehr sehr hart na das heißt wir wollen auf assassins gehen und vielleicht na vielleicht schaffen wir auch pirate das wäre ebenfalls äh not bad so so das bedeutet wir haben jetzt hier erstmal so ein kleines bisschen eine verschmelzung gewagt das ist schon mal sehr sehr gut wir könnten theoretisch ein bisschen swappen na das heißt wir könnten jetzt mal assassin gehen wir kaufen mal ein bisschen ein bisschen xp na das ist jetzt nicht das beste timing dafür aber ich habe jetzt gerade mehrmals gewonnen weshalb ich so den den windstreak will ich mal sagen aufrechterhalten möchte das ist so mein mein grober plan vielleicht verkaufe ich da noch so ein bisschen mist aber assassins waren zum beispiel sehr bad in l.a. aber die wurden hier die wurden jetzt überarbeitet dass die quasi in den in den schatten gehen na unsichtbar und dann haben sie die möglichkeit zu kritten der krit ist am anfang noch ziemlich bad ich weiß nicht ob die das ob da vielleicht auch was geändert worden ist ah ne das ist das ist ein spell aber der der pike der macht der das der pike ein bisschen range ist bin mir nicht sicher ob das ob das so so geplant ist aber der hat halt der hat gute gute gegenstände zack oder kommt oh mein gott ja also man muss ich halt man muss halt das nehmen was man hat ne und das beste draus machen und ich bin gerade sehr glücklich dass die assassin variante funktioniert besser ist es aber viel gold zu sparen na das heißt da müssen wir auf jeden fall noch ein bisschen größeren wert drauf legen so wir verkaufen jetzt den hier und die hier kaufen den 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 und basically auch den hier das heißt wir haben jetzt erstmal kasix 2 ich werde auch glaube ich rengar tauschen na wir spielen trotzdem drei assassins dass die beiden noch nicht zusammenpassen ist schade weil jetzt kommt erstens wieder ne ne creep round das bedeutet alle paar runden ich glaube das sind noch feste abstände ne da kommen halt äh creeps wo du items im besten fall kriegst die crux waren sehr stark die hatten äh die waren unangenehm gut und das bedeutet sie äh haben sich sehr schnell regeneriert hier scheint das nicht mehr der fall zu sein also das das kriege ich ganz oh okay äh sie regenerieren sich doch ein bisschen wenn man sie halt schon in Zulage arbeiten lässt ne das heißt wenn einer stirbt kriegen die da voll hp also die muss man gut fokussieren hat geklappt wieder kein item das ist klasse schon maxi markov leute ich kriege keine gegenstände ja pro runde bekommt ihr ein xp na das könnt ihr wie gesagt ihr könnt auch xp kaufen und mit xp ähm geht ihr quasi in die nächste stufe und damit habt ihr einen chess piece mehr das ist das ding normalerweise will man aber gold sparen das bedeutet ah shit das hätte man vorher machen müssen wir werden den den äh den brand verkaufen können so ahri ist äh wild wild ist nicht äh gar nicht so schlecht den wild bonus äh kann ich quasi mit mit ranger generieren oder demon das wäre auch eine variante der ist nämlich eigentlich ziemlich ziemlich nice muss ich sagen ich glaube wir verkaufen den hier sogar geben geben ihm jetzt einfach mal das item hoffen natürlich so ein bisschen aufs beste dass er relativ lange durchhält ähm wir nehmen nochmal die ari mit vielleicht können wir noch ein bisschen sorcerer lastig äh sein oh der hat schon aureln aureln war absolut busted als wir den den spiel den test gemacht haben der war der war insane strong na und wir hoffen natürlich jetzt aufs beste oh brand oh brand ist sehr fleißig oh der wurde genervt na sehr gut aber ihr merkt schon viele gegenstände haben die gegner das stört mich so ein bisschen naja das finde ich nicht gut aber äh sonst läuft es absolut fantastisch das bedeutet das hauptziel ist quasi wirklich gute traits zu bekommen na und das ganze miteinander zu kombinieren das heißt ich habe jetzt zum beispiel drei assassins das ist klar sechs assassins oh entschuldigung sechs assassins ist so der nächste sprung aber demons sind auch nicht schlecht weil 30% zum mana burn und mana burn macht nicht nur damage na also verbrennt offensichtlich das mana des gegners sondern mana burn sorgt quasi auch für für ich muss ganz kurz nachdenken also der du kannst ja nicht ulten das ist basically äh der Effekt der natürlich entsprechend stark ist okay leveln werden wir jetzt nicht wir müssen halt Gold sparen also eigentlich könnten wir uns mehr auf die Fresse hauen lassen ähm plan ist außerdem noch Void zu gehen also ich hätte gerne noch Rek'Sai das wäre halt nicht schlecht natürlich will ich alle Assassins haben da fehlt quasi nur noch einer und dann äh kriegst du den übelsten Powerspike aber ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf wer der der letzte Assassin für mich quasi ist ähm so der Dash also der Dash von Pike muss ich ganz ehrlich sagen der funktioniert aber auch überragend also Lothar na G2 Lothar das ist ein bekannter Haufstumsspieler den haben wir jetzt erstmal gut eingelullt das ist super nice ähm ja ja doch verkauf mal ähm ich verkaufe ihn jetzt weil ich auf 20 Gold kommen will damit ich damit die Zinsen höher sind okay das macht man relativ häufig natürlich Castellin könnte ich versuchen aufs nächste Level zu kriegen das bedeutet drei Einheiten verschmelzen zu einer drei Einheiten von Level 2 Units verschmelzen zur nächsten quasi so wir wollen Assassins haben ähm also ich glaube ich habe hier ganz gute Karten so ich bin da oben ne also das was ich will will glaube ich niemand und zwar Evelyn will ich haben so ich kann noch nicht raus weil ich so viel HP habe ich bin hier oben keine HP heißt so du darfst nicht jetzt nehmen wir hier die Evelyn da ist sie und dann versuchen wir quasi mit der zu arbeiten also sie auf Level 2 zu kriegen wäre nicht schlecht weil sie gefällt mir bisher am allerwenigsten wenn ich ehrlich bin aber wir wir gehen auf Assassins also ich finde es die witzigste Rasse auch schon bei Audishes also bei Dota Audishes und hier gucken wir natürlich dass das Ganze auch funktioniert können sie jetzt auch swappen na das bedeutet zack da haben wir nochmal den Z wir swappen die jetzt mit der hier Grund ist sehr sehr einfach wir wollen aber wollen wir auch weg ich werde irgendwann auf 6er Assassins springen eigentlich gerade hier steht übrigens da worin ihr eventuell close seid normalerweise braucht man halt noch einen guten Tank damit die Assassins Platz zum Spielen haben aber wir behalten das Gold normalerweise lasse ich mir sehr viel die Fresse polieren um wirklich auf 50 Gold schnellst zu kommen das ist im Prinzip das aller aller wichtigste die wird ja gut aufgeschlitzt ja die sind halt deutlich besser die Assassins holy shit sind die gut also das habe ich viel viel schlechter erwartet wenn ich ehrlich bin aber wir haben anscheinend die richtige Entscheidung getroffen habe jetzt noch nicht also man kann auch die euch noch die anderen Boards angucken aber man kann dann sehen was die so machen was deren Plan ist ist für den Pro für einen guten Spieler wir verkaufen die jetzt übrigens kriegen wir zwei Gold sind wir bei 30 weil Ari gehe ich jetzt eh nicht so richtig Ari ist natürlich in einigen Games ein Assassin aber hier hier hat jeder halt nur zwei Varianten so sieht aber gut aus ich freue mich übel zu Sorte dass es so gut funktioniert es tut mir leid dass ich auch hier dagegen kloppe so wir haben nochmal Kha'Zix bekommen das ist gut wir könnten jetzt noch ein Level reinpacken es wird uns aber nicht so viel bringen also wir können ich würde gerne auf Pirates gehen aber da fehlt mir der dritte Pirate das bedeutet da kriegt man Bonusgold nach jeder Runde das ist halt schon relativ witzig wir können ein bisschen rollen aber wir gucken mal wenn wir die Runde gewinnen dann machen wir dann machen wir nichts wenn wir die verlieren verkaufe ich Kha'Zix der Grund dafür ist ich will auf 40 Gold kommen okay hier sind eure Zinsen auch nochmal symbolisch dargestellt na 30 kriege ich jetzt quasi so wir gucken jetzt was der macht der ist auf 6 Units schon hochgesprungen der hat der hat den Sprung gewagt oh Gott die kritzen ja absolut dumm weil das witzige ist Kha'Zix und Kha'Zilin sind ja beide Void na das bedeutet sie sind in der Lage 50% deiner Rüstung zu penetrieren hier kriegen wir schon die ersten Probleme wie man sehen kann na der hat hier sehr viele Level 2 das heißt wir haben hier kurz verloren ist absolut fein heißt aber für Kha'Zix habe ich den jetzt verkauft ah ne ich habe es zu spät verkauft schade aber wir haben hier eine ordentliche Z-Rotation das bedeutet wir tauschen die hier aus nehmen Z mit rein könnten jetzt hochspringen das ist halt die Frage ich glaube wir machen das sogar so wir wollen halt wir wollen gewinnen Leute das heißt wir packen noch einen zweiten Pike rein wir haben halt immer noch keine gute Frontline und auch er ist so er ist so mittelprächtig na man bekommt dann nicht immer die Units die man die man quasi möchte na das muss man dazu sagen Ninja Bonus haben wir jetzt ebenfalls statt den statt den Demon vielleicht vielleicht hätte man das nochmal tauschen sollen ich meine er ist halt eine Level 2 Unit da muss man halt gucken will man den Trade na oder will man eine bessere Einheit haben Zed ist hier übrigens nicht in der Lage zu ulten sondern Zed feuert so einen Shuriken ab was natürlich auch sehr gut ist aber hier muss man sagen dass die beiden die sind einfach stark er ist gerade ein bisschen AFK aber ihr seht ja schon ich habe den gut fertig gemacht er hat wenig AP verloren das heißt er hat weniger gegen schwache Gegner gespielt oder äh schon oder einfach eine gute Composition gehabt ich habe jetzt halt wenig die anderen beobachtet wenn du wirklich ein Pro werden willst und der Plan ist halt auf den Zweikanal entsprechend viele Videos zu bringen ähm dann musst du halt den Gegner so ein bisschen beobachten wir sind jetzt hier bei 42 Gold spielen hier gegen die Wölfe ich würde mal einmal Refreshen Refreshen heißt ihr schaut euch hier für Gold natürlich eine andere Composition an das machen wir jetzt einfach mal boom hoffen natürlich persönlich auf ähm sowas hier sowas ist schon sehr gut und einen Pirate das heißt wir könnten jetzt theoretisch Graves auch kaufen na und mit dem quasi auf eine auf eine Pirate äh Combo setzen das Problem ist halt Pirate hofft man eigentlich eher früher zu bekommen und Grace ist hier Melee Grace ist einfach Melee ja oh mein Gott oh die Grits sind ja übel schlimm holy shit ja das ist halt das ist auch das Gefühl was man haben möchte bei dem Game Mages sind auch sehr witzig also Sorcerer kann ich jeden ans Herz legen weil die mit einmal alles one shotten aber also die kriegen halt quasi AP ne aber das war schon um Unterhaltungslevel sehr hoch hat mir gut gefallen so die ist jetzt mutiert das heißt wir tauschen den wieder weil jetzt kriegen wir den Demon Bonus haben auch den Ninja Bonus der sorgt für Bonus AD ne der hat einfach mehr das ist natürlich für soll ich sagen das ist halt für Assassin schlichtweg insane so wir nehmen noch einen Warwick mit ähm Grund dafür ist dass wir noch ein bisschen Frontline mäßig was brauchen wir wissen halt noch nicht was wir was wir was wir spielen für die Frontline ne das ist halt so ein bisschen das Problem aktuell und gucken aber das ob wir ohne ohne gut klarkommen no bisher bisher hat es ja quasi funktioniert zack Assassin spring hinter Draven denkt sich guys guys defend me ja funktioniert natürlich ja nicht gut das heißt die die Assassins während der LA Phase waren quasi die sind sonst so hingesprungen aber hier ist es sehr geil also ich muss gerade sagen ich bin richtig zufrieden ja das funktioniert absolut fantastisch wir haben noch viel HP wir haben viel Gold der Rest ist ultra low also das das funktioniert die werden natürlich richtig paranoid wegen der Aufnahme auch eine Änderung seht ihr schon an den Portalen dass wir quasi zu der Base des Gegners springen oder uns konter händen wir sind jetzt über 50 Gold das ist immer die Methode oder die Variante wo man einmal rollen kann damit man genau bei 50 quasi hängen bleibt wir suchen ja immer noch einen Tank na das bedeutet Warwick hier zu haben ist schon mal nicht schlecht wir verkaufen jetzt mal den hier damit wir noch einmal rollen können und da ist sie meine Damen und Herren Katharina so und sie ist quasi the dream muss ich sagen sie ist sie ist jetzt hier der lebende Traum 6 Assassins heißt nämlich eine Steigerung des Buffs na das bedeutet guckt euch mal 150 Critical Strike 150% daraus werden dann 350 das ist halt schlichtweg GG so das ist halt wirklich das ist also was man hier anders gemacht hat als andere also als Dota jetzt zum Beispiel dass der Schaden Kategorie Stupid ist also er ist halt wirklich unnormal hoch also die die Steigerung der Werte ist halt nicht von diesem Planeten okay sie ist völlig anders als bei Lee so jetzt kommt es wieder in diese Runde wir werden wahrscheinlich als letzter ran dürfen so wie es aussieht oh ne hier Preview 50 ich glaube das ist Crip aber ich bin mir nicht ganz sicher das bedeutet jetzt kommen mittlerweile gute Units Leona Kartus Legendary ihr seht das an den Rahmen das haben sie auch neu gemacht na gelb offensichtlich legendär und wir gucken also der Warwick ist für uns interessant er ist der einzige der irgendwie irgendwie passt aber der ist hier schon ne der wurde noch nicht genommen also wir müssen wir müssen halt sehr lange warten wie man sehen kann so jetzt dürfen wir uns auch bewegen ah ah ok der hat nur angetäuscht die Kindheit habe ich jetzt nur genommen zum Verkauf also normalerweise kann ich auch den Warwick nehmen ich dachte für ihn war es wichtig hier sind so ein bisschen die Mindgames dabei so das heißt die Kindheit nehmen wir äh verkaufen wir sofort die brauchen wir nicht Rek'Sai ist der den wir brauchen so das heißt wir verkaufen mal den hier nochmal kaufen den kaufen wir jetzt Level bis wir ja bis wir gut to go sind ich würde also gerne ich würde halt gerne Rek'Sai rein machen aber wir spielen das etwas geduldiger aus wir können jetzt hier Items miteinander kombinieren wir machen mal wir geben mal Brand das Ding der hat jetzt Morelos klassisch ne aber wir beobachten die Situation wir können uns noch sehr sehr viel Schaden gefallen lassen aber ich möchte natürlich den Assassin Power Spike gut ausleben das ist gar nicht so einfach wie ihr seht sobald die Frontline down ist muss man hoffen dass die Assassins genug Mana haben weil der wird natürlich auch seinen Spaß haben ne aber das dauert so zack da kommen die Ult ne das heißt nicht selten kann man zum Beispiel auch auf Attack Speed oder sowas gehen bei solchen Units ich schlitze mich hier durch Leute ich bin ja gerade wirklich on fleek das ist sehr sehr schön na Assassins hat anscheinend jeder eher unterschätzt so wir haben jetzt schon mal zwei davon das ist not bad das heißt wir kaufen uns noch zwei Level und dürfen jetzt eine Unit mehr reintun das ist gerade noch ein bisschen wir müssen manchmal noch ein bisschen warten so ich überlege ob ich den reintue ah jetzt hat es funktioniert okay so wir können wir könnten noch so machen so 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 ich glaube jetzt sind wir sechs Assassins also jetzt haben wir quasi den Traum erreicht ähm ja wir geben mal der hier das Item so den kaufen wir auch den Void Buff das kostet uns ja nichts und jetzt haben wir quasi die verbesserte Variante jetzt haben wir halt voll mega Crit ne Kartus Old uh das tut weh ne Mages sind halt immer noch sehr sehr stark in dem Game wie man sehen kann und Aurelion ist auch dabei aber er ist fast tot holy shit also er ist anscheinend äh all in gegangen wir kaufen uns noch ein Level weil über 50 Gold zu sein bringt nicht ne das bedeutet man kann da man kann da ruhig mehr investieren so aber wen wollen wir als Frontliner haben ne so wir kaufen uns noch zwei Level und dann rollen wir noch ein bisschen weil den hier zu verbessern ist not bad den verkaufen wir mal und na der Kasadin kommt gerne na so wir kaufen aber noch die beiden und Warwick äh Warwick sag ich schon und Dings möchte ich halt haben den Brawler um um den Void Buff äh noch zu bekommen Void Buff wäre halt nicht schlecht äh Wild Buff könnten wir eventuell auch noch haben eigentlich wäre der sogar perfekt weil der beides geben würde so wir gucken aber ob das mit den Critz hier besser läuft ja so ein paar kommen durch ei 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 ja gut wenn ein paar durchkommen ich glaube ich töte den jetzt na ah das ist es der Assassin hat wieder ihn aufgeschlitzt na ihr merkt schon dass die ersten Leute hier gnadenlos krepieren was natürlich sehr gut ist ähm normalerweise würde ich jetzt versuchen noch eine Unit zu verkaufen um ähm schneller ins Gold ranzukommen aber machen wir jetzt mal nicht so wir spielen jetzt hier gegen die Raptoren so oh das ist knapp ja manchmal kriegt man hier so ein bisschen Angst ähm wir nehmen mal Evelyn raus nehmen den hier rein weil die Wahrscheinlichkeit höher ist dass wir Evelyn reinpacken können also äh die Wahrscheinlichkeit höher ist dass wir einen Brawler als nächstes reintun dass Katharina so selten kommt ist wirklich ärgerlich aber wir bleiben geduldig Creep Rounds sind meistens halt rund wo du halt ganz gut wie gesagt wir spielen ja ohne Items offensichtlich itemmäßig haben wir bis jetzt sehr wenig Glück na aber ihr seht schon dass wir die natürlich ganz gut schlitzen wenn wir jetzt noch einen richtig krassen Tank vorne hätten wäre das halt der absolute Traum damit die Assassins hinten länger arbeiten können ne wieder keine Items ich hab ja einfach keine einzigen also wir haben halt unfassbares Pech aber auch sehr viel Glück muss man sagen also mit den Picks hier sind wir wirklich gut dabei so äh wir kaufen jetzt komplett hoch ich könnte jetzt halt den rein machen dann hätten wir noch den Void Buff ähm er ist natürlich alles andere als überragend muss man sagen der ist auch super strong Leute uha uha ja man kann auch nicht die Units so gut juggeln das heißt wir machen den und den ach so ah au ok dann verkaufen ah oh ist schwierig ne ich glaube Evelyn ist wichtiger so wir gucken ja weiter wir sind natürlich fleißig am schlitzen das ist glaube ich schon Level 3 aber spielt keine Rolle weil wir sind einfach Hardcore Assassin NAR ist übrigens ultra strong also NAR ist auch richtig geil gecodet das heißt die Shapeshifter brauchen 100 Mana und dann springt der nach vorne also springt in die Backline und insect die übel gut ok das ist dummer dummer Schaden den er quasi anrichtet so jetzt haben wir hier ein bisschen Platzproblem ok wir verkaufen nochmal doch trotzdem nochmal die Katharina müssen wir holen Pike müssen wir auch holen weil Pike kriegen wir eventuell auf die nächste Stufe und das gleiche gilt traurigerweise auch für Zed das heißt du musst wieder dran glauben die ist auch ein Assassin aber Ninjas beißen sich das heißt wir bleiben wir bleiben so die Ninjas sind so entweder du hast genau 4 oder nur 1 ich würde ihm quasi den Schaden nehmen und er ist halt bald meine stärkste Unit deswegen ist das erstmal kein Ding so hat er hier vorne ist natürlich ein übelstes Meme aber manchmal steckt man halt super schwache Einheiten rein nur für den Bonus und der Bonus-Effekt ist halt für Kha'Zix 50% Penetration 50% also er ignoriert halt fast die ganze Armor was natürlich einem Assassin sehr gut steht Kha'Zix ist hier ein bisschen weird seine Ult ist nicht, dass er rumspringt oder seine Fähigkeit sondern er verbrennt Mana mit den Auto-Tags was sehr gut ist weil er dafür sorgt dass der Tank gegen den ich fighte meistens ist ja ein Tank ganz vorne ähm nicht ultet er ultet einfach nicht weil ihm das Mana fehlt wir werden hier wahrscheinlich wieder als letztes dran sein wir sind hier oben na das heißt wir nehmen natürlich Zed alles klar Zed ist hier ultra wichtig Kale kommt zum zweiten Mal witzigerweise das ist natürlich Zed die Trainer hat das ist auch ein einziges Meme so ist es leider so und ich schnappe mir natürlich den Assassin zack so also Zed ist auch kurz davor sich zu verwandeln wir müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen rollen na und ich hoffe dass das Ganze auch funktioniert weil das war immer nämlich ein Problem dass man halt wirklich wenig wenig Platz hatte na da seht ihr dass der Zed da chillt ich glaube wir nehmen die beiden Kha'Zixe raus einfach nur um die um die Bugs zu reduzieren das klingt ein bisschen ein bisschen doof aber die Buggefahr ist dann oh der Kha'Zix so die will ich haben so das ist perfekt okay das schafft schon mal richtig viel Platz ja so spielen wir natürlich nicht wir sind ja nicht dumm na äh wir gehen jetzt erstmal nicht auf Level sondern uuuh ah shit ist doch zu spät schade wenn die sich noch verwandelt hätten wäre es sehr gut gewesen aber ich glaube in der nächsten Runde sind wir sehr stark also wir sind sowieso schon sehr stark na aber in der nächsten Runde wird es insane der hier kam jetzt relativ spät erst zum Angreifen weht hier auch gerade Leona als Tier ihr seht schon Glacial ist super gut na wenn natürlich ein paar Spells durchkommen wird es angenehmer aber Glacial sorgt dafür also Ash und ähm wie heißen sie Ash Braum ähm ich kriege richtig viel Schaden na guck mal wie viel HP ich mir gesaved habe und dann auf jeden Fall kassiert des Todes Ash Braum Setsuani Lissandra die Stun mit Auto-Tags na da muss man natürlich mehr nicht zu sagen so wir kaufen die hier so da ist er jetzt haben wir den Mega-Set Leute jetzt haben wir den auf der höchsten Stufe so wir sind leider aber immer noch tanklos das ist so ein bisschen das Problem ich überlege ob wir den hier tanken lassen ah Kale ja Kale ist schwierig der ist gut sehr schön also wir haben jetzt natürlich ein bisschen Geld noch verbraten so das gehört einfach dazu wir haben jetzt aber nochmal richtig gute Units bekommen hoffen aufs Beste na hier ist der spielt zum Beispiel Phantom Phantom heißt hier sehen wir es schon an einem K6 er startet mit 100 AP er ist halt instant low aber oh Katharina ist komplett AFK ah brauchen wir anscheinend nicht die muss wahrscheinlich anders hinstellen die Katharina damit sie etwas anders springt aber wir nutzten ihn ganz gut kriegt ja denke ich also wie gesagt der Schaden nimmt halt ordentlich zu ihr habt es gesehen wir haben den jetzt halbiert das ist halt super super strong aber normalerweise ist das Ziel wirklich ihr könnt auf Mischmasch gehen Mischmasch kann manchmal sehr gut sein aber normalerweise ist ist quasi eine feste Direction deutlich stärker so da kommt ja auch hier nochmal random rein also wir könnten so ein bisschen auf auf Demon oder sowas gehen Demon Imperial wäre auch noch eine Möglichkeit also wir könnten quasi Darius als Tank haben damit Katharina hier mehr Schaden macht die war bisher sehr enttäuschend ähm so wir rollen noch ein kleines bisschen ihr seht es wird dünner die Auswahl dafür kommt Aurelion sehr sehr häufig wir kaufen den mal um den anderen wegzunehmen weil ihr seht es schon hier ist der Mage hier versuchen wir uns natürlich ja der Schaden wird auf jeden Fall weiter runtergenommen der alte Aurelion hat alle getötet der hat jetzt legit alleine alle getötet sagt er er ulte sogar nochmal das habe ich auch noch nie gesehen ich habe noch nie gesehen dass er zweimal ultet basically aber Zed sagt sich 1400 Schaden das ist einfach es ist ein Krit es ist Zed der 40% Bonus-AD hat und eine Träne er hat eine Träne Leute aber ich glaube die Träne sorgt dafür dass er einfach mehr Mana generiert das ist so das ist so meine Vermutung so ähm Rengar Rengar ich hätte übrigens gern Pi wenn ich ehrlich bin ah da ist er doch sehr gut so seht ihr das muss noch höflich fragen dann äh funktioniert das auch mit dem Nachbarn ich denke die ganze Zeit habe ich hier eine kann ich hier schon eine neunte Unit reinstellen so der Drake ist natürlich alleine und wird hier oh ja gut er wird halt komplett gefoltert Rek'Sai heilt sich übrigens Rek'Sai wenn Rek'Sai tunnelt heilt die sich oh das sind Spaten it must do something oh das teste ich lieber gar nicht aus wenn ich ehrlich bin na am Ende werde ich hier noch getrollt und die Einheit geht kaputt wir können noch eine Träne zweimal Tränen ist glaube ich Stab der Erzengel oder so ähm ich glaube wir geben das ihm damit er einfach so schnell wie es geht ultet so äh den können wir nehmen da sind wir eigentlich schon ne wir sind kein erhöhtes Level noch so ich würde halt witzigerweise einfach Aurelion reinstellen wenn ich hier nochmal rolle so zack Rek'Sai ist auch on the way auch wenn das Horn hier ah ne es hat keine Horn das ist einfach he he das ist einfach Evelyn so aber der ich weiß nicht was der Spaten macht den hab ich nämlich noch nicht gesehen den Spaten des Todes so was haben wir hier hier haben wir den Glacial Typ ne der ist halt sehr gefährlich weil wie gesagt gestunt zu werden heißt halt äh quasi nicht töten zu können der Dash war aber absolut insane ne und hier sehen wir es Katharina Ult ja ich meine es sind halt wirklich viele Kale Ults dabei ne muss man dazu sagen Thornmay hätte mich hier auch beinahe umgebracht ja Thornmay ist natürlich gegen Kritz äh sehr gut weil ich glaube hier ist die Programmierung so dass es ordentlich zurückgeworfen wird ja wir wir verwenden mal die Terminologie ordentlich so da haben wir hier auch wieder eine legendäre werden wir aber nicht brauchen Leute wir sind Assassin wir versuchen jetzt halt wir versuchen jetzt eine vierer Unit fertig zu stellen also entweder Aurelion oder ähm Sichuani und die wird dann unsere Frontline bisher ist der Rek'Sai Frontline ist eigentlich auch gar nicht so scheiße weil Rek'Sai kriegt halt Mana und dann tunnelt er und dann knockt er jemanden hoch und während er tunnelt stellt er richtig 4 AP wieder er heilt sich quasi also übernimmt so ein bisschen eine Tankrolle muss man sagen hier hoffe ich so ein bisschen aufs Beste na wenn sie hier ja oh mein Gott die sterben halt aber wie die fliegen ja ok das ist halt ist natürlich schön wenn man in seiner ersten Aufnahme die Leute halt äh komplett destroyed aber so ist es leider na für mich ist das natürlich awesome aber es ist nur noch einer da Leute es ist nur noch einer da das ist hier das ist Kim äh wir nehmen auf jeden Fall den da so wir nehmen auf jeden Fall Pike der will Swain haben er ist halt Shapeshifter es gibt halt hier sehr viele gute Units aber Pike habt ihr vorhin gesehen ist natürlich unsere äh legendäre Variante so der transformiert sich jetzt leider wieder nicht so wo ist denn der da so wir verkaufen jetzt hier ein paar Units damit wir hier Platz haben ach ne Pike hab ich das schon ich bin ja dumm ja seht ihr ich bin halt auch nicht perfekt so wir kaufen noch zwei Level oha Double Aurelion Leute es ist es ist der ultimative Endgegner es ist fucking Double Aurelion soll oh mein Gott ihr seht es der Schaden ist da aber meiner ist höher Assassins Leute ich liebe Assassins es ist einfach ich meine Leute die Pesten und wir haben gewonnen Alter es ist einfach GG Victory wir haben die erste Runde legit gewonnen das ist halt krass da bin ich natürlich ein bisschen stolz auf mich ja hoffe das Ganze hat euch gefallen wenn ihr Fragen habt äh wie gesagt der Plan ist auf den Zweikanal mehr zu bringen GG Alter ja Untertitelung. BR 2018